Jo Mensch, 10 Minuten. Kannst du on-stream unser neues Jagdvideo angucken? Jagdvideo? Mit Kutscher, schön rohtürsch erlegt. Warte, kann man echt machen. Ich will ja nicht aufdringlich sein, ne? Wollt los. Aber... Warte... Ich will natürlich überhaupt nicht aufdringlich sein. Aber... Jo. Das kann nix... Achso. Ist sehenswert. Absolut. Ist sehenswert, sagste? Ja. Bist du diesmal da auf der Pirsch? Ja, mit Kutschi. Mit Kutschi wieder. Gab wohl leichte Panikattacken. Von Kutscha? Ja, von uns beiden. Wollen wir das holen? Alter, als ob ihr den Kanickel kalt gemacht habt. Hey, haben wir nicht. God bless. Ich hab's genau in den Nacken getroffen. So, und jetzt? God bless. Ja, natürlich muss ich erstmal in den Pornos verstecken, bevor ich das zeige. Ja, die... Kutscha... Äh... Ja, dann Pferde erschießen. Ey, wie soll ich? Einfach so ne Weide. Hi. Was ist das? Einfach auf so nem Bauern hochgehen. Lauter! Ah, die sind einfacher! Ich glaub, wir müssen ruhig sein. Schön zum Bauern gehen, guck mal hier! Ah, ich, ich hör was! Ich hör was! Das ist ein Ruf! Brunfschrei! Das heißt, die ficken da! Jeder hat eins! Wir holen beide! Warte mal! Können wir hier nicht anlocken mit auch nem Brunfschrei? Oh, ja, ja, ja! Aber welche... What the fuck?! Hier, ich will ficken! Was macht ihr da für Geräusche? Weil dann hat's uns noch nicht gehört und wir schrecken's nicht auf. Ey, nicht so oft. Das fühlt sich doch hart. Das ist ein Lockpfeifen. Das kann nicht sein. Hier war das Drecksvieh. Hier ist Kacke. Ja, lockt die Viecher. Sehr alt. Na gut. Dann ist es noch weiter. Können wir ein bisschen laufen? Ja, laufen? Weiß ich nicht. Komm! Brunfschrei! Dann in die Hocke! Alter, hörst du das? Ey, da! Ist das ein T-Rex oder was? Alter, hör ich eh! Da! Da! Rundfschrei! Ja, da ist auch ne Spur! So, jetzt se! Ich hab das da oben auf dem Hügel chillt! Jo, wett ich! Ich sag dir, das ist hier... Oh, das ist richtig horny, das Ding! Warnruf! Jetzt musst du in die Hocke! Bin ich, bin ich, bin ich! Warte, ich... Ich tu mal so, als wär ich ein Hirsch! Alter! Täuschend echt! Ich hätte fast noch geschossen! Kann mir nicht vorstellen! Das klingt wie ein scheiß Schaf, Alter! Da rechts, da rechts, da rechts! Hat sich, glaub ich, hingelegt! Wisst du das? Jaja, aber da oben ist ne Spur... Ne, das ist Kacke! Ne, da sind drei ganz krasse Dinger! Ich will ficken! Hier lag's und hat gekackt! Sehr alt! Alter, wenn's einfach so Kacke untersuchen kann! Das ist ne Losung! Das ist hier wie bei König der Löwen. Das ist Fachjargon! Ah, stimmt schon! Nur anders, ne? Noch lauter! Leiser! Alter! Ich hör's! Alter! Es läuft! Der hat ne richtige Krone! Alter, schieß doch nicht! Komm mit! Kuck mal auf! Wo bist du? Hier! Welche Richtung, welche Richtung? Hier nach! Einfach zu mir, Junge! Da steh! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Leg dich hin! Das krieg! Ei! Verloren! Sag mir, wo! Ja! Ete! Osten! Genau, Osten? Da war ich mir nicht sicher! Jaja! Ich seh's nicht mehr! Saub drücken wir! the! Und so längerBI haelt, und so lee 여�آm r埂 geht der Pult! Ist richtig krass! Dahint schreiges jetzt... Alter, dat Popcorn! dat hält uns aber auf den Trab! jaja! Boah, der war genau neben mir, ey. Ich hab's gewusst, ey, wie geistert er oben rum bei deren Fickbude. Dann auf einmal, wer sind die? Und dann knall ich einmal. Ach, das ärgert mich jetzt. Ja, hier. Fußspuren laufend. Ha. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der hin? Was ist denn da vor mir? Knall ihn ab. Oh, hast du getroffen? Der hat ja den Schuss. Nein, es läuft weg, es läuft weg. Nee. Ich hab genau auf den Kopf gezielt. Eigentlich muss getroffen sein. Ja, hab ich schon zwei wieder daneben. Boah, nicht, dass du den Hirsch hier verjagst. Ah, es liegt hier, es liegt hier. Und, war es der Hirsch? Nee, das ist nur ein kleines Scheiß-Reh. Oh, nee, ey. 27,78 Kilo. Boah, fettes Vieh, ey. Normal, fern um 16 Meter hab ich das Ding abgeknallt. Und genau im Kopf. 16 Meter im Kopf noch weggerannt. Dahinten ist ein Fragezeichen. Das ist wieder irgendwas, irgendein Event. Hier, Rothirsch, Rothirsch. Wo? Hier lang. Du bist schon, glaube ich, in der richtigen Richtung. Rothirsch ist krass, oder? Das ist feinster, äh... Rothirsch-Code. Rothirsch ist selten, oder was? Aber, das weiß. Das ist der Endboss. Als ob ich schon 30 Minuten jagd. Ja, wir werden den Rothirsch zwei Stunden lang verfolgt. Ohne Witz. Du siehst ihn? Nee, nee, nee. Kommt im Video überhaupt nicht so rüber. Der ist in deiner Richtung. Hier, hier, hier. Er hat uns gehört. Ja, ich, ich, äh... Renn mal zu dir. Rothirsch, hier, trabend. Meine Richtung. Tut anbraten nachher, das wird richtig schön. Schön hirschbar. Ich seh'n. Ruhig. Nein. Nicht stehen. Nein, das war normal. Stehen bleiben. Das ist ein Reh. Egal. Treffer. Ich glaube, es ist direkt Schrott. Richtig. Jo, das ist over. Komplett ins Herz gelötet. Hier, da liegt's. Jo, das war ne One-Shot. So. Ich hab weiter an meinem Hirsch dran, ne? Muskel... Oh, oh, oh. Alter, in den Lungenflügel links hab ich reingeschossen. Sehr frisch, sehr frisch. Sehr gut. Dann, äh... Ich, ich, äh... Ich komm mal zu dir, ja? Warte mal. Ich hab gelernt... So, dat ist ne Hirsch-Kuh. Dat heißt... Wenn das ein Hirsch ist, will der mich jetzt ficken. Hier ist, by the way, die Spur. Komm her. Fick mich. Was ist das? So laut, Kutscher. Bin doch mega leise, Junge. Sogar ich hör dich. Ey, ohne Witz. Der muss an uns vorbeigerannt sein. Wir sind da eben langgegangen, parallel. Wir müssen mehr die Augen aufmachen. Hier ist Kot. Hier ist Kot. Ich glaube, man sieht den öfter, als man denkt. So, würde man mal rechts und links mehr gucken. Weißt du? Ich mein, der, der macht ja auch keinen Warnruf. Der macht ja nix. Der, der... Der hat mehr Glück als Verstand, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann bist du wieder aufgehalten. Ist gut. Alter, wo ist dieser scheiß Hirsch hin? Die gibt's einfach nicht. Das ist so dieses... Das haben die Entwickler reingemacht und die Leute einfach bei... Ich hab die Spur! Hier hin bei mir! 170 Meter bist du weg, Alter. Ich hab sie. Ich hab seine Scheiße. Gerade eben... Das gibt's nicht, Max. Ich seh ihn. Oh, Hirsch. Kutscher, das ist er. Du siehst ihn. Ich seh den. Warte, ich schieß drauf, ja? Du musst. Du musst. Der hat auch richtig das Boss geweint. Na ja. Daneben. Ich hab ihn erwischt. Nein. Aber er läuft. Max, bitte, sag mir, was hast du getroffen. Ich hab ihn getroffen. Begabter Schütze. Ich hab so erschief mit... Ja. Hier ist Blut. Ja, ich hab ihn getroffen, Kutscher. Warte, ich komme. Ich brauch noch 500 Meter. Vielleicht läuft er mir in die Arme. Alter. Ich hab grad übel den Adrenalin-Flash. So, der ist nach links geranzt. Jetzt laufen wir den zugrunde. Der kann noch nicht mehr lang... Ich hab den getroffen, Kutscher. Ich hab den weggeschossen. Der wird irgendwo verenten. Ich seh ihn. Halt, halt still. Halt still. Halt still, ja? Yo, da hinten ist er. Ich hab langsam echt Hunger. Boah, jetzt regnet das. Boah, ist gewittert. Nicht, dass es uns die ganze Tour vermasselt, Kutscher. Ja, aber so, Mann, war halt echt kaum Geräusche, ne? Und er sieht uns nicht. Vielleicht guckt er immer nach hinten, weißt du? Weiß man ja nicht. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ohne, wir sind locker zweieinhalb Stunden dran. Der legendäre Rothirsch. Lass mal wieder rennen. Das hat uns jetzt hier gar nicht vorangebracht. Also wirklich gar nicht. Ich hätt gern mal so'n Spectator von oben, ob der wirklich auf der Map überhaupt da ist oder ob der halt immer nur spawnt, weißt du? Ich seh ihn, glaub ich. Ja, schieß. Mann, ich kann nicht schießen. Ich bin zu krasser Puls. Machen ruhigen, machen ruhigen. Hält nicht still. Warte, nicht schießen. Vielleicht seh' ich ihn gleich. Der ist da super offen. Am Wald, oder? Ja, ja, er läuft zurück jetzt. Welche Richtung? Osten, Süden? Warte, ich muss schießen, oder? Wo denn? Süden, Osten? Warte. Guck schon, die fucken hinten vor. Ich seh' ihn, warte, warte, wart noch. Er läuft grad zurück, ne? Ja, ja. Okay, wir schießen gleichzeitig drauf, ja? Okay, warte. Kann man irgendwie Luft anhalten? Ja, mit Shift. Bist du bereit? Eins. Drei, zwei, eins. Ja, 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 Mann. Das gibt's nicht. Die Legende. Ja, Alter. Das dreht einfach rum, Alter. Ich hab Hunger, jetzt kann ich gleich essen gehen. Alter, ja, genau. Alter, das ist da. Ja, das ist da down. Alter, warte aber, warte aber. Ja, ja, ja. Alter. Alter. Jetzt ist der Leichen ab nicht mehr da, Mensch. Ich war oben auf dem Berg und hab runtergeballert. Errungenschaft, Nerven aus Stahl. Wo ist der? Ja, Alter, ist mir scheißegal. Oh, wenn der jetzt weggerannt ist. Und der, Alter, Nerven... Warte, 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 warte. Er ist tatsächlich weggelaufen. Er ist noch nicht tot. Blutungsgrad sehr hoch. Das kann nicht sein, Max. Das kann nicht sein. Alter, da ist den. Halt still. Er ist tot. Er ist tot. Ich seh die Leiche. Nein, das gibt's nicht, Max. Doch, ich seh die Leiche. Guck dir das Vieh an. Ach, du dicke Scheiße. Profil bestätigen. Holy shit. Hat den. 225 Kilogramm. Alter, das ist ein Brocken, du. Stufe 8. Mythisch. Jo, dann ist das wirklich übelst der Boss. Hat den halt komplett weggefickt. Annehmen. Ach, du scheiße Kutche, ey. Oh, mein Gott, Alter. Ich liebe dich. Alter. Ich wollte mir mal hinlegen, ey. Ja, ich auch. Alter, ich hab auch so Hunger, ne. Ich hab einen Schwicheranfall. Ich freu mich, ob es noch härtere gibt, ey. Das war mystisch, ey. Das können wir irgendwann auch mal zu 10 spielen. Also, das war eine weile Runde. Ich mit 10 Mann da über die Wiese rennen, alles abballern. Ich muss jetzt was essen, Alter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Abonniert mich auf YouTube. Gibt auch Bären, die einen angreifen. Wildschweinhorden und so. Bin gefangen. Cool, Alter. Alter, richtig spannend. Zwei Stunden, ey. Dann war das Dachbuch. Kutsche, weil der hat ein Nervenzahnbuch bekommen schon, ey. Jo. Vor allem, wenn er ihn so sieht. Ich frag sie. Ja, wo denn? Süden, Osten. Ja, sag nicht. Und ihr kriegt einfach kein Wort raus, Alter. Das ist einfach so geil.